Solltet ihr euch in letzter Zeit gefragt haben, warum eure Datenflat so schnell ausgeschöpft ist, liegt es vermutlich daran, dass ihr das Facebook-Update geladen habt. Das Problem bei dem neuen Update ist, dass Facebook im Hintergrund immer die Videos runterlädt und eure Datenflat dazu benutzt. Das heißt also, jedes Mal, wenn ihr die App öffnet, lädt Facebook im Hintergrund Videos runter. Man kann das ganz einfach bei Android ändern. Dazu öffnet ihr die Facebook-App, geht hier unten auf Einstellungen, scrollt hier runter, bis ihr Video Autoplay findet und stellt da eure gewünschte Einstellung ein. Wenn ihr nur WLAN bzw. Aus auswählt, dann sollte eure Datenflat sich wieder im normalen Bereich einpegeln. Bei Mac geht es ein bisschen anders. Da geht ihr auf Einstellungen, geht hier runter zur Facebook-App. In der Facebook-App geht ihr wieder auf Einstellungen. Und da findet ihr dieses Icon Autoplay hier und stellt es auf WLAN. Das ist der ganze Zauber. Und somit habt ihr wieder genug Volumen zum Verfügung zum Surfen. Ich hoffe, das hilft. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.